ja hallo liebe freunde und willkommen wieder zu einem weiteren home together special ich weiß es interessiert euch immer sehr wenn es neue updates gibt und ja home together ist jetzt in der 0.5 update und was ist neu erzähl ja immer doch jeden tag im home together 5.0 update ist auf alle fälle neu ein neuer patreon code patchnoss können wir uns aber durchaus erstellen charakter wir können uns jetzt auch einen männlichen charakter machen dass es hier major change so ein foto modus gibt es neu mit dazu herr brown option mal wieder mit dazu und many mirror fixes with importance also nicht so viel wie man erwartet hat aber es ist ein ein charakter manager mit dazu gekommen der die männlichen charakter ein bisschen change die ausfolgung sind nicht so hart wie man sich das denkt aber sind okay so wir gucken mal sind keine neustellung oder sonst was alles dazu gekommen und zwar haben wir den button hier unten da können wir dann eben teilt den gender switchen es gibt auch cards für den gender jack war hier glaube ich der ganz normale wie es mitgekriegt habe james jason nur adrian und johnny habe ich selber erstellt an den kleidungssachen da können wir gleich mal aufklicken gibt es hier oben das zubehör 1 dass wir dann eine sonnenbrille oder die maske die wir ja auch schon kennen wir kennen ja die kombination eigentlich als so also können wir ja die kombi zwischen den kram da war eben halt die sonnenbrille drin gewesen die schwarze maske genau das war die kombination die eigentlich sonst immer war so können wir jetzt das halt ein bisschen umändern und das outfit es gibt einmal naked outfit und einmal ein oben ohne outfit auch er glaube ich kann aufstehen ja er steht auch auf den kann man dann eben halt auch beim aussehen genaueren etwas bearbeiten wie man ihn halt haben möchte und das ganze geht dann noch mal über die details es gibt nicht viele details einmal gibt es hautnässe ja ihr seht gleich dass er aussieht als wäre gerade frisch aus dem ölbad kommen und eben halt normal also dann haben wir die skin ihr könnt ihn halt also eine farblicher machen sagen wir mal so kann man auch mal in allgemein habt ihr dann noch die hauttypen selber noch zur auswahl die er noch haben wollte das gibt fünf verschiedene davon könnt dann speziell noch mal die hautfarbe noch mal verändern ihr könnt die kopfgröße ein bisschen das geht einfach nicht anders tut mir leid ich muss es mir einfach mal angucken ja perfekt das ist das ist unser sunny boy der als nächstes auf weiberjagd geht ein charmantes kinn seine ohren sein athletischer körperbau der junge der holz alles weg also wie gesagt ihr könnt hier ne speziell für die kleinigkeiten haben natürlich noch einige sachen an gleichen wie schon gesagt habe sind die äußerlichkeiten noch nicht so heftig also ihr seht selber ihr könnt den kopf größer kleiner ich habe mir so spock ohren machen das soll wohl so auf die elfenweihe rüber gehen weil wir haben ja auch als weibliche spielbare charaktere eine elfin da drinnen hat zwei das wäre noch mal so ein bisschen markanter würde ich eher dazu sagen oder eben teil so babyface na also das ist eher mehr in den ton hergerichtet hat drei bezieht sich dann eben tatsächlich auf das komplette ihr seht selbst kinn wange und sowas alles wird hochgezogen es ist nicht viel aber es ist schon mal meiner meinung nach ein zweig in eine richtung wie das spiel halt gerade was was in den stil und die detailliertheit angeht schon mal ein bisschen ähnlich wird also dann können wir einfach über den knopf wieder drücken und der switch wieder auf das female gender ja ihr seht hier schon da gibt es natürlich super viel mehr auswahl als beim mann selbst die haare wehen jetzt ein bisschen anders habe ich das gefühl die gehen jetzt richtig mit auch nicht schlecht das spiel wirklich ich bin immer noch ein ziemlicher home together fan weil das spiel wirklich absolut geil ist also ich finde das spiel wirklich unheimlich gut wenn da ich noch eine coole story mit hinter liegt wenn die nachricht ich noch reine arbeit reinjagen dann habe ich das gefühl ich werde das wird definitiv bei richtiger knüller in den augen empfehlen werden man kann so viele sachen machen man kann so viele sachen reinhauen man kann so viele sachen machen es gibt ja auch die gespeicherten damen da ist keine neue dazugekommen aber was ich jetzt eben halt meinte war die elfen die können wir ja gerne mal laden da sieht man schon so ein bisschen her diesen sind ja gut er ist nicht so ganz hart wie bei dem mann was für allgemeine details hat sie denn eigentlich überhaupt das müssten ja gesichtsform sein die diesen augenbrauen wange kief elfenohren genau bei elfenohren kann man das machen ja also wie gesagt ich glaube es werden jetzt erst mal so ein bisschen noch details in nächster zeit für den für den mann reinzukommen definitiv da kommt noch einiges was und ich denke mal bald werden sie sich auf alle fälle auch an ein bisschen story content telling an wagen auf alle fälle wirklich also klar es sind noch so dass noch viele damen noch sehr viel ähnlichkeiten miteinander haben vielleicht noch mal ein anderes model mit reinbringen wäre vielleicht noch mal eine interessante idee aber wie gesagt das sind alles so zukunftsschweifend das spiel auf alle fälle läuft in seiner jetzigen form super na also es läuft super und es läuft über schön gerade was in dem bereich mit denen wenn ihr dann in die wohnung reingeht und ja die h scenes eben halt durch kleid dann läuft alles weit gut es ist auch alles in ordnung kannst dich halt nicht beschweren ist aber immer noch das tutorial immer noch drin ach schulde jetzt sehe ich gerade ihr habt jetzt noch die chance das hätte ich fast vergessen ihr habt jetzt noch die chance natürlich auch die 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 female und die genders also die 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 damen auszuwählen mit der das haus starten wollte das finde ich ein super teil finde ich echt extrem gut weil sonst war es ja immer nur möglich wenn wir über die charakterentwicklung und dann die damen sitzen hatten dass wir dann erst das betreten das haus machen konnten jetzt kann man hier schon mal anklicken wie man jetzt mit ins haus nehmen möchte und man braucht sich also kann den charakter trotzdem hier sitzen lassen und kann damit dementsprechend derjenigen die man jetzt heute zum beispiel ins haus nehmen möchte man auch da nicht mal ums gruppen den charakter massweiten und dann immer dass die dann mit reinkommen sondern kann jetzt sagen man nimmt sie mit dem und was weiß ich was ihnen mit oder sowas alles naja so anklicken rausgeholen und feiern waren und dann kann das ganze spaßding auch schon beginnen da finde ich eine coole idee ist super gut ist ist das jetzt so eine art schon mal so gesehen aus so ein kleiner index wie das spiel nachher laufen sucht euch drei charaktere oder zwei charaktere aus was weiß ich das spiel hat ja so viele offene möglichkeiten es ist ich weiß auch noch nichts über die story dahinter aber ich muss ganz ehrlich sagen also es ist jetzt 0.5.0 patch und ich bin echt begeistert also ich hoffe mal und ich freue mich ich hoffe auch dass die 1.0 nie als ende gilt weil die doch schon sehr extrem schnell mit den nullen dabei sind ob das jetzt erstmal nur das standard null ist der early access null ist bis dann eben teils eine alpha oder sowas alles noch gibt ich bin gespannt wie sie das aufwickelt auf alle fälle ist home together definitiv für mich immer noch ein ziemlich großer augenschmaß weil gerade die charakterdetails und auch gerade das ganze detaillierte ding ist echt geil also home together hat echter maßstäbe gesetzt das ist wirklich cool zwar sind alles geskippte animationen also fertig gestellte animationen gab keine freien animationen drin aber trotzdem ist das ding richtig geil so dann war es das ich wollte euch nur kurz erklären was jetzt in den neuen 0.5 update von von home together drin ist und wie gesagt beim nächsten update komme ich dann mal wieder dazu guck mir das ganze mal an und wünsche euch einen schönen tag schönen abend schöne nacht und wenn immer ihr das video gesehen habt bis zum nächsten mal